Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und habe es anguckt und meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gern Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone in jedem Teil super. Ich bin der Klamauk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe so einen komischen Traum gehabt.